Hallo liebe Community und willkommen zur vierten Folge von Die Sims 3 hier bei Bibas Playtime. Ja, wie euch sicherlich aufgefallen ist, ist ein kleiner Fehler passiert. Und zwar bei der dritten Folge endet es, wie ich irgendetwas mache. Und das ist jetzt die vierte Folge und sie fängt anders an, als es aufgehört hat. Das ist dem Aufnahmeprogramm geschuldet. Ich habe eine Aufnahme gestartet, bzw. habe das Spiel gestartet, habe es aufgenommen. Eine Szene. Und habe dann zwischendurch dummerweise gespeichert und dann brach das Aufnahmeprogramm ab. Ja, dadurch war der letzte Spielstand der, den ich jetzt gerade geladen habe. Da fehlen glaube ich zwei, drei Minütchen. Und ja, also in Echtzeit zwei, drei Minütchen. Und ja, kurzer Stand. Also, wir haben einen Job. Das war ja vorher schon so. Der beginnt in drei Stunden. Als Küchenjunge. Genau. Und das ist, wir sind gut ausgeholt. Wir haben Fisch und Atem. Wir haben Wirt unterhalten. Wir haben eine gute Mahlzeit gegessen. Wir haben Blitz blank. Ja, und dann starte ich jetzt einfach mal wieder den Live-Modus. Genau. Da war eine Rechnung drin. Von 100 Doll... Von 100... Simlons. Die müssen wir bei nächster Gelegenheit bezahlen. Die Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde. Müssen wir da irgendwas machen? Nein, ich will nichts wissen. Ja, einmal noch auf Toilette gehen. Dann ist das auch erledigt. Um 14 Uhr kommt unsere Fahrgemeinschaft. Okay, der Müllheim ist noch leer. Okay. Dann gehen wir doch mal da hin. Was haben wir denn alles so schönes im Rucksack? Wir haben eine Zeitung im Rucksack. Die werden wir direkt mal recyceln. Eine Rechnung. Buch. Einen Fußball und eine Kamera. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Gucken. Mal gucken. Genau. So. Dann gehen wir jetzt gleich zur Arbeit. Ist denn alles noch in Ordnung? Äh, Energie, Spaß, Soziales. Fernsehen für sieben Minuten. Brauche auch kein Fernsehen mehr gucken. Fünf Minuten. Drei, zwei, eins. Eine Minute. Und da ist das Auto. Jawohl. Jetzt zieht sich um. Das ist unser Sim. Da ist er. Oh, wo ist er denn? Ja, da fährt unser Sim gerade weg. Und wir arbeiten nochmal hier. Wir können jetzt hier einstehlen. Normaler Betrieb. Wir können nochmal gucken, ähm, wo unser Sim jetzt gerade arbeitet. Da arbeitet unser Sim. Sehen wir irgendwas? Nein. Wir sehen nicht. Jetzt läuft das Ganze auch ein bisschen schneller. Da arbeitet unser Sim. Wir, genau. Wir, genau. Normaler Betrieb, hart arbeiten, das ruhig angehen lassen, Kollegen treffen, mit Kollegen rumwenden, beim Chef einschmeicheln, Kochkünste üben. Also, normaler Betrieb bedeutet, normaler Betrieb bedeutet, dass du die Arbeit durchschnittliche Leistung erbringst und dafür durchschnittliche Anerkennung erhältst. Harte Arbeit bringt zwar bessere Ergebnisse, aber du solltest aufpassen, dass dich der Stress nicht zu viel wird. Das ruhig angehen lassen. Wenn dir die Jobleistung nicht zu wichtig ist, solltest du es bei der Arbeit ruhig angehen lassen. Kollegen treffen. Wer behauptet hat, dass ich auf der Arbeit mich nicht miteinander zu verhalten darf? Man sollte die Leute schon kennen, mit denen man täglich zusammenarbeitet. Kollegen rumhängen, beim Chef einschmeicheln, Kochkünste üben. Wir üben mal die Kochkünste und haben jetzt auch schon gleich Feierabend. Molli und Freunden will ich nicht. So, ich habe 150 verdient. Jawohl. Und da gehen wir gerade zum Auto. Und fahren richtig nach Hause. Da sind wir auch schon. Ich glaube, wir drehen das Ganze mal ein bisschen. So. Eine Spielekonsole. Was hat er? Er hat... Er ist angespannt. Gut. Dann nehmen wir jetzt eine heiße Dusche. Und danach gehen wir auf Toilette. Und danach werden wir fernsehen. Noch ein bisschen. Und dann werden wir irgendwann ins Bett gehen. Oh, Hunger hat der gute Mann auch. Anderer muss ja gar nicht auf Toilette. Der hat Hunger. Ich werde mir was zu essen machen. Pfannkuchen zubereiten. So. 150 verdient. 100 gehen schon direkt wieder drauf. Für eine Rechnung. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller mit dem Kochen. Jawohl. Und der hat der Kochstufe 2 erreicht. Dann essen wir die Macaroni mit Käse. Man merkt nämlich, er hat Hunger. Und da gibt es von 171 nur noch 71 übrig. Das heißt, wir haben heute gearbeitet für eine Rechnung und haben noch 50 Simlons verdient. Oh, er speist jetzt gerade. Er räumt auf. Das ist auch sehr schön. Und er spült wieder im Badezimmer. Warum er das tut, kann ich euch nicht sagen. Da ist eigentlich eine Spüle. Die benutzt er anscheinend nicht. So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken. Danach werden wir noch eben das Ding entsäubern. Damit mein Spaß ein bisschen hoch geht. Werden wir bis 1 Uhr, 1.30 Uhr Fernsehen gucken. Er wird auf jeden Fall noch gut unterhalten. 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Ja, du gehst ja gleich ins Bett, Kollege. Oder wir gehen ja gleich ins Bett. Eben mal im Saubermachen hier, ganz auf die Schnelle, zack, 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 und abends ins Bett. So. Bis 10 Uhr, wann müssen wir zur Arbeit gehen? In 12 Stunden. Okay. Wie sind meine Arbeitsleistungen bisher? Noch eine, dann steige ich auf. Sehr schön. Das nächste, wir werden Pfannkuchen morgen zum Frühstück machen. Und dann sollte das eigentlich alles klappen. Wir haben es jetzt 6 Uhr. Meine Energie steigt und steigt und steigt. Das ist sehr schön. Fähigkeitssoziales Netzwerk lernen. Das Geschäftssupermarkt frisch auf den Tisch ausverkauft. Runtergesetzt. Okay, da klingelt anscheinend gerade mein Säcker. Zur Arbeit geht's in 5 Stunden. Okay. Also, wir werden Frühstück essen. Pfannkuchen. Danach werden wir das Bett machen. Dann gehen wir auf die Toilette. Dann werden wir duschen. Dann werden wir ein bisschen Fernseh gucken. Mal kochen, geht ein bisschen schneller. Irgendwas ist da unaufgeräumt. Ich weiß nicht was es ist. Irgendwas ist da nicht... Ach, der Arbeitsplatz ist dreckig. Okay, jetzt habe ich... Apfelpfannkuchen essen und danach wird gesäubert. Da liegt auch eine Zeitung. Recyceln. Und recyceln sind zwei Zeitungen anscheinend. Er hat gar nicht abgezogen. Fähigkeit, Geschicklichkeit lernen. Wollen wir auch machen? Jawohl, wollen wir machen. Das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. So, zack. Er hat Arbeitskleidung angezogen. Warum auch immer. Zur Arbeit geht es erst in 3 Stunden, der Kollege. So, ein bisschen schneller essen. Perfekt. In einer Stunde fällt meine Fahrgemeinschaft. Dann können wir in der Zeit ja ein bisschen aufräumen. Das aufräumen können wir auch etwas schnell erledigen. Jawohl. Jetzt musst du nur noch abziehen. Unglaublich. Vergiss mein Sim, dass die Toilette abzuziehen. Ich glaube einfach nicht. So, und da ist auch schon das Arbeitsauto. Da unten steht es. Und dann wollen wir mal zur Arbeit fahren. So, wir verfolgen wieder unser Sim. Der ist wieder da. Und jetzt geht er da ins Restaurant. Ja, wir treffen jetzt gerade ein paar Kollegen. Dann werden wir jetzt noch mal ein bisschen Kochkünstler üben. Okay. Du willst nie mehr weiter und können, wenn du dich nicht langsam an die Arbeit machst. Übung, mach den Meister. Den Küchenmeister in diesem Fall. Okay. Du sollst Überstunden machen, um die Überreste eines explodierten Sox-Flees zu beseitigen. Das ist eine... ...verfixlebige und zielflüssige Angelegenheit. Aber deine Kollegen wären dir unheimlich dankbar, wenn du sie nicht im Stich gelassen würdest. Ja, klar. Kollegen treffen! Ja, liebe Community. An dieser Stelle mache ich einen kurzen Break. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt, willkommen bei Bibas Playtime zu Die Sims 3. In diesem Sinne, ich sag Servus, bin raus.